Wenn man nicht in der Lage ist, das Freitagsgebet zu beten, was soll man machen? Das kommt darauf an, warum ist man nicht in der Lage? Auf Reise entfällt das Jum'wah-Gebet. Das ist keine Pflicht mehr. Okay? Wenn du auf Reise bist, entfällt für dich das Jum'wah-Gebet. Aber wenn du hingehst, ist es beliebt.